So, und dann kommen wir zu den Ergebnissen der Gruppe B. Ichigo bezwang René aka Doombom mit einem Sieg, Tihi bezwang Doombom ebenso mit einem Sieg, Duke mit einem Sieg gegen René ebenso und Ichigo verlor gegen Tihi und sowie gegen Duke. Dann standen Tihi sowie Duke punktgleich auf den ersten Punkten, Ichigo festgesetzt auf Platz 3 und es kam zum direkten Schlagabtausch, Tihi gewann gegen Duke und ist deswegen Gruppenerster. Duke ist Gruppenzweiter und kommt damit ins Mid-Bracket, Ichigo kommt ins Lower-Bracket und Doombom ist leider ausgeschieden. Dann geht es nun weiter mit Gruppe C. Over and out.